Hallöchen alle zusammen, ich singe jetzt mein drittes Medizinerlied, diesmal über die Arteria Maxilaris. Viel Spaß! Arteria carotis, externa gibt die Maxilaris ab, von ihr handelt dieses Lied. Sie hat drei Teile mit vielen Ästen, wofür wir es lernen, um zu verstehen. Pas mandibularis mit vier Ästen, meningia, media auricularis, profunda alveolaris inferior, mit tympanica anterior, posteri, reguidea, mit ma, soterica, pterii, guidei, bucalis temporalis, pterigo, palatina, med alveolaris superior, posterior, palatina descendens minus major, mit sphenopalatina, und arteria nasalis, posterioris lateralis, und arteria subtalis posterioris, und infraorbitalis aus dem Maxilaris.